Also, Virgil fährt nicht weiter. Ihr schafft das schon von hier zur Brücke. Danke, Virgil. Und pass gut auf dich auf, hörst du? Alles Gute. Ich sehe mal, ob ich noch wem helfen kann. Na schön, Leiterleiter. Auf zu der Brücke. Das verschwommene Ding am Horizont. Vor allem, wenn meine Tore bei... Außen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Left 4 Dead. Und bei mir dabei ist natürlich auch wieder der Stieglitz. Hallo. Hallo, hallo. Auf dem Klo. So. Oh, scheiße. Ist da noch gar keine zweite Pistole. Aber gut, nur Uzi-Fuzzi ist hier. So, und wir spielen jetzt hier die Map, die Gemeinde. Die Gemeinde. Die Sekte. Die Sekte. Ja, daran denkt man sofort, ne? Hier, die Gemeinde denkt man sofort an Sekte. Und, äh, dann würde ich sagen, wir müssen da hinten zu dieser Brücke, die man jetzt schämenhaft sieht. Wow, was hat das denn jetzt? Ah. Aha. Krass. Alter, da hat man sich aber jetzt voll erschrocken, wa? Ja. Okay, wir müssen da hinten zur Brücke. Da würde ich sagen, auf geht's! Folgt mir, ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Oh, ey, Alter. Was ist das denn? Was ist das denn? Hier sind Zombies. Ja, was Neues. Ey, was ist... Also, jetzt bin ich ja platt, du. Was machen denn die Zombies hier? Ne, das sind alles Verkäufer. Die wollen nur was verkaufen. Lebensversicherungen, wa? Ja, genau. Weiter. Oh. Na, da hinten sind noch einige. Oh. Da auch. Oh, ich glaube, ich nehme erstmal meine Pistole mal hier bei so vielen komischen Zombies, die hier stehen. Na, du Kleiner. Wolltest du auch noch was verkaufen? Oh, hier geht's durch. Äh, wo? Vielleicht ist hier ja noch was. Ach, da hinten. Stopp mal eben, bleib mal hier, bleib mal hier, nicht weiterlaufen. Da, hier ist nämlich ein Jockey. Okay, sonst haben wir gleich keine Hilfe. Gut, der ist platt. Okay, jetzt können wir hier hinten dann mal gucken, wenn du möchtest. Hier ist ein Boomer vor der Tür. Ne, schade. Oh, Mann. Hilfe. Und frei, und frei, und frei. Okay, da hinten ist aber, glaube ich, so weit nix. Uh. So weit nix. Ich guck mal rüber. Oh. Da stehen vier, fünf. Äh. Müssen wir hinterher hier hinten wieder weiter? Ich hoffe nicht. Okay, dann gucken wir nochmal hier. Wir müssen ja Richtung Brücke, ne? Und die war ja da hinten irgendwie. Geht's denn hier noch irgendwo her? Ja, dann müssen wir einmal rum bestimmen. Ja, vermute ich auch, weil hier geht's nicht weiter. Hier ist alles Sackgasse. So, dann kommen wir mal hier hinten rum. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich duck mich mal. Hier ist, äh, Thanksgiving Day Party. Alter. Scheiße, mit nur einer Pistole. Also mit zwei Knarren ist das natürlich schon deutlich besser. Ist das New Orleans? Ja, das könnte sein, ne? New Orleans. Ja. So nachgebaut, ne? Ja, stimmt. Oh, oh. Oh, S. Oh, ich soll mich nehmen dir. Kollege. Oh, äh, da das hier alles so steht, jetzt könnte man natürlich glatt vermuten, dass wir auf die Rampe müssten, ne? Hm, jo. Alter. Hier ist ja aber auch alles voll. Alter Falter. Hä? Oh, Mann, Cold Shave, er pisse sich. Oh, da hinten sind noch welche. So, wir können hier ins Haus rein. Ist da was? Hier sind auch noch Waffen, ja. Hier ist auch noch eine neue Uzi. Eine richtige Waffe? Achso. Ja, hier ist auch noch eine Uzi. So, die habe ich auch noch mal genommen. Äh, dann haben wir hier noch ein paar Türen. Äh, da... Geh nicht auf, ne? Nein. Scheiße, okay. Äh, ich vermute mal, dass wir dann wahrscheinlich doch da... her müssen. Alter, hörst du das? Ja. Ich höre zu viel. Ich auch. Ich höre manchmal so Stimmen, die sagen, zünde es an. Zünde es an. Und zu Ostern... Nicht die Menschen, nicht die Menschen. Und zu Ostern... Und zu Ostern gebe ich dem, äh... Gehe ich denen dann auch nach. Ah. Alter. Alter, ich kann nicht mehr nach oben. Scheiße. Scheiße. Boah. Alter. So, ich bin direkt hinter dir. Komm rein. Oh. Kommen sie rein, können sie rausgucken. Ey, geile Musicbox. Ah, er geht da auch direkt ran. Das ist wieder was für uns, ne? So eine geile Musicbox. Jetzt geht's los. Die würde ich auch gerne im echten Leben haben. Ey, geil. Ja, sicher. Wir sind in New Orleans. Cool. Jetzt muss ich aber nur drüber quatschen, sonst kriegt man wieder Ärger mit der Gema, weil das ist ja ein ganz bekanntes Lied. Und das könnte uns Ärger bringen mit dieser Scheiß-Gema. Gut, dann kann ich aufhören zu singen. Okay. Oh, das war's. Schocky. Alter, von wo, von wo, 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 wo? Schon gut. Gut, 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 gut. Geile Bahn. Mr. Scatman. Gut, 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 gut. Achtung, Achtung, Achtung. Gut, 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 gut. Gibt's da noch? Mr. Scatman? Ja. Gut, 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 gut. Leider. Gut, 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 gut. Leider. Leider. Wieso dat denn? Das war doch witzig. Oh, ihr kleinen Schweine. Ihr kommt hier nicht drüber. Komm, Rochelle, die machen wir fertig. Oh, ne. Ah, tolle. Ne, Diekel. Ne, Diekel? Ne, Desert, Diekel. Die Party, oder? Ja, die ganze Zeit schon. Oh. Wieder ne kleine Monsterparty. Hammer, aber waren wir hier nicht auch schon gewesen? Nein. Ehrlich nicht? Oh, oh. Oh, oh. Du hörst diesen Wahnsinnigen. Ja. Er zerrte nach rechts. Oh, er zerrte nach rechts. Sollen wir hier rüberspringen? Ja. Okay. Oh, oh, oh. Hilfe. Äh. Hallo? So, ich duck mich mal. Wir hätten auch einmal rumgehen können. Tja, auf dem... Da ist ein Charger. Und hinter dir war auch gerade einer. Charger auf Coach. Alter. Was ist denn da oben noch? Nicht auf Verbündete schießen. Alter, was sind das denn für welche? Ich höre hier noch einen. Sind die jetzt auch irgendwie Soldaten, oder was? Ja. Die sind etwas schwerer. Die nehmen mehr an Muni. Blutfleck. Er hat Blutfleck gesagt. Oh, eine Pfanne. Oh, eine Pfanne. Einer seiner Tage gehabt. Alter, das hört sich hier so ein bisschen scheiße an. Ein bisschen scheiße an. Das ist auch gut. Oh, von hinten, von hinten. Ach, du Scheiße. Alter. Alter Falter. Hier liegt auch noch mal so eine Uzi rum, ne? Wenn du möchtest. Ach ja. Ich bin bedient hier mit der Person. Alter. Der eine Zombie hier, der hat sich gerade von mir verneigt. Der hat gebetet. Ich meine, das ist ja auch richtig so, aber... Hätte ich nicht mehr so viel Verstand zugetraut. Alter, wo denn? Ach, da. Oh. Da sind die Soldaten. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ja, ich hab mal eh den... Ich hab den schon erledigt. Haben wir noch was Interessantes? In dem Moment holt er seine Ad von Schleckzunge raus. Fandst du das irgendwie... War die schön feucht, die Zunge um deinen Hals? Fandst du das irgendwie geil? Ich wurde nicht angegriffen. Ach, nee? Ich dachte, du wärst das... Nee, der Coach. Ach, der Coach. Der Koatsche. Der Koatsche. Der Koala-Bär. Hunter. Oh, nein. Toll, der Reißkraft. Das Auto. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war... Das war ein anderer böser Mensch. Ein ganz böser Mensch war das. Boomer. Boomer aufpassen. Oh, nein. Ich war das echt nicht. Ich war das alles nicht. Nee, nee, nee. Wirklich nicht. Wirklich nicht. So, ich hab mal eben den Coach befreit. Alter, ist das ne Incoming-Welle hier. Hier steht da alle ein bisschen scheiße. Alter, wer macht denn sowas? Nee, nee, nee. Rochelle. Rochelle, die... Alter! Oh. Rochelle, die Kleine. Ey, irgendwie sieht das aber hier so aus, als wenn wir hier schon mal gewesen wären. Oh, das war ja nicht. Ich weiß nicht, ob du da schon mit Dingens wirst. Aha. Ich heile nicht. Rochelle. Erstmal heilen. Hier, nee, hab ich. Das ist ein Safety-Room. Hab ich, hab ich, hab ich. Aber komm, wenn eh alles... Hauptsache, ich hab jetzt gleich noch einen. Eigentlich hätte ich jetzt nicht unbedingt gemusst, aber... Wir sind ja genug da. Äh, wo ist denn Muni? Tür zu. Tür zu. Ach, da unten. Ich seh die Muni wieder nicht. Doch. Soll ich Tür zu machen? Ja, mach zu. Schnell, 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 schnell. Tja, ein Jockey. Ich nehm mich auch. Ich hab den auch gehört. Wow. Als nächstes kommt der Park. I'm walking the park. Ich arbeite im Park. Stieglitz. Nein. Ah. Nein. Ich dachte mir sowas, dass du gerade weg bist. Man hat's nämlich gehört, wie ihr das weggelicht hast. Nein. 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 Ich wollte gerade mit dir... Mich mit dir über... Aha. Ja. Über... Alter, worauf schießt die? Über die Bruttorogistert und der deutschen Handelsflotte wollte ich mich gerade mit dir unterhalten. Aber dann hab ich gemerkt, dass du nicht da warst. Aha. Kenn ich mich nicht aus. Na gut. Ähm. Ja, pass auf. Hier müssen wir wieder weiter. So. Pass auf. Ich, äh, schieß mal eh mir so ein paar platt. Und dann nehm ich, äh, gleich noch mal was nach. Hier gibt's Bier. Eiskalt. Alter, da sind immer noch welche. Lade nach. Okay, jetzt nochmal Muni. Ziehst du dir da Bier rein, du alter Gourmet? Neben deinem Bonbon, was du lutscht. Welche Bonbon? Lutscht du keinen? Das hört sich an, als wenn du einen Bonbon lutscht. Nein. Nein? Ah, da ist ne Zwiebeln im Mund. Ich mach auf. Ich mach auf. Ach. Ne. Mach's so, ich mach's so. Alter, sind die krank? So viele Versicherungs... Okay. Dann nochmal, ganz überraschenderweise, einmal nachladen. Alter, kommt da noch mehr? Ja, da oben. Alter, wie viel laufen denn da rum? Tausende. Milliarden. Wir müssen in größeren Dimensionen denken. Wir gehen durch den Park. Oh, Mann, ey. Sag ich doch, ein tolles Gefühl. Ich nehm die Pillen hier. Oh, nee. Waren wir hier nicht. Komm mal. Ich meine auch. Aber das sieht nur so aus. Ich sag's ja. Ich hab auch irgendwie so das Gefühl. Oh, oh. Jockey, 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 jockey. Da hinten, da... Ah. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir durch den Park. Alter. Tot. Er. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier durch. Ja. Er hat gesagt, wir gehen durch. Alter, Soldaten. Alter, der steht immer noch. Wann stirbt denn der? Willst du nicht verarschen? Der lebt ja immer noch. Was soll denn der Scheiß? Er hat einen Schlagstock fallen lassen. Na ganz. Ducken, ducken, ducken. Kann ich nicht schießen. Ich geh hier rein. Alter, Falter. Hallo. Alter, das war aber... Nein. Äh. Nein.